Was machen wir denn jetzt mal? Wir gucken uns die Bediensteten an. Ja, wow! Gesamtkapazität 55. Das ist ordentlich. Ich nehme nochmal drei davon dazu, damit wir mehr verwirren können, damit wir die ganzen Zivilisten nicht immer umbringen. Und den Rest hier rein. Achtung! So viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Sehr schön. Ja doch, langsam läuft das echt gut. Ich bin quasi über den Berg. Also ich war ja kurzfristig recht frustriert, weil ich nicht so weitergekommen bin und die Sachen nicht so funktioniert haben, wie ich sie mir gedacht hatte. Aber jetzt wird das doch langsam. Und ist der Tourist gerade rübergerollt? Wie geil! So, er hat es geschafft. Jetzt lauf mal da lang. Genau, du willst da reingehen. Das ist eine Zweiertür. Oh. Okay, die Druckplatten lösen das aus, aber er ist dann zurückgelaufen. Nee. Wie machen wir das am besten? Hm. Also sie müssten wirklich laufen und auf die Druckplatten treten, damit das richtig ausgelöst wird. Oder durch den Zufall dann gerade draufstehen. Vielleicht ist aber später bessere Sensoren, die wir dann unter die Pfeilen bauen können. Weil so können die jetzt selbst, die Touristen können hier durch. Und das kann nicht Sinn des Ganzen sein. Äh, guck. Ah doch, jetzt ist eine Zweifel gerade reingetappt. Sehr gut. Also nicht sehr gut, dass es ein Tourist ist, aber... Naja. So, du wirst verwirrt. Du wirst verwirrt. Du wirst verwirrt. Und die Tür sollten wir ja auch eigentlich abreißen. Ach genau, eine Kühlkammer sollte, glaube ich, hier unten hin. Gefrierkammer sicher. Genau. Äh, wir hätten gerne... Gefrierkammerregal. Ähm... Jo, da einfach mal hin. Dann bauen wir erstmal einen da hin. Das reicht. Und dann pflanzen wir das andere auch um. Die anderen beiden. Reißen das dann hier ab und können irgendwas anderes da hinbauen. Das wird dann schon mal noch eine Tür weniger, die abgeht von diesem Raum. Vor allem eine Tür weniger, die zu einem gefährlichen Bereich führt. Und sehr gut, ein Agent wird vergast. Und der hat es überlebt. Das war so nicht geplant. So, die haben was ausgelöst. Geht vorher runter. Jetzt geht er durch. Ja, hi, 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 hi. Kamera drehen. Und den hat es erwischt. Sehr gut. Und er läuft panisch davon. Oh, aber dadurch, dass er jemanden hat sterben sehen, hat er belastendes Material. Und hat jetzt diesen roten Balken bekommen. Äh, nicht gut. Kain, wo bist du? Bestimmt ganz woanders, hm? Ja, ganz hinten. Ärgerlich. Also der wird jetzt entkommen können. Die fallen vielleicht doch weiter nach hinten stehen. Damit wir mehr Zeit haben. Ja, ich glaube, das müssen wir machen. Also du. Irgendwo. Können wir die Ecken hier ausnutzen? Warte mal, ich lasse die fallen erstmal da, wo es ist. Escape. So. Und gucken, was wir noch für Fallen haben. Giftgas Giffyfalle. Die ist mir nicht so wirklich geheuer. Weil man den nicht auf demselben Feld machen kann, wie die Druckplatten. Ich hätte gerne einfach so ein Geschütz, das schießt oder so. Wildmaschinenfalle. Nee, haben wir auch schon eine Papp-Pall-Trappen-Fall. Hm. Was macht die? Wenn die Streitkräfte der Gerechtigkeit sie nerven, bauen sie doch ein paar heimtückische Fallen, um sich des Problems zu entledigen. Doch denken sie daran, ihre Fallen mit Sensoren zu verbinden, da sie sonst nicht ausgelöst werden. Ja, ich hätte jetzt gerne was über die Papp-Attrappe gewusst, aber na gut. Chade. Noch irgendwas? Eine Crash-Test-Gruppe. Damit soll man überprüfen können, wie die Fallen funktionieren. Aber das wissen wir jetzt ja. Hm. Na, anscheinend haben wir da noch nicht so die große Auswahl. Weltkarte. Oh. Alle tot. Zwei tot. Die bringen ganz schön viel um. Und das, obwohl die Wut so niedrig ist, ist echt komisch. Wer sollte die doch nicht so sehr verteilen? So, ich ziehe jetzt erstmal... Also erstmal Pause. Erstmal ziehe ich jetzt alle ab. Und dann probiere ich mal einfach ganz viel in ein Land zu schicken. Der wird wahrscheinlich noch eher ein Agent auftauchen, aber vielleicht schaffen wir dann ja den Agenten umzubringen. Oder wir verlieren nicht ganz so viele. Das kann natürlich auch genau im Gegenteil passieren, dass wir einfach alle verlieren, weil wir so stark aufgetreten sind, dass sie eine ganze Armee hingeschickt haben. Oh ja, das testen wir einfach. Ähm, wir schicken die ganzen Jungs jetzt mal in ein Land, wo sich das auf jeden Fall lohnt. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zack. Und wenn das dann auch nichts wird, dann warten wir halt eine Weile, bis wir neue Bedienstete bekommen, mit der Zeit. Die 14.000 dürften ja für eine Weile erstmal reichen, während ich hier am Rumexperimentieren bin, wie wir die Basis dann am besten aufbauen. So, ist die Gefrierkammer inzwischen eingerichtet? Nein, ist sie nicht. Steht eh eher hier optimal. Bisschen schwer hier so bewegen. Aber ja, es müssten eigentlich alle drin sein. Nochmal ein Ticken weg. Dahin. So, ja, sehr gut. Alles besetzt, alles sehr gut. Geldkopf haben wir jetzt auch zwei Stück. Strom. Sechs Punkte haben wir noch, das müsste eigentlich reichen. Und das Ding ist hier nur für einen Notfall. Hä, wir... Wir könnten einfach den Raum hier weiter ausbauen. Aber nee, können wir nicht. Weil die Sprengmeister nicht rankommen würden. Das heißt, wir müssen irgendwo noch einen zweiten Generatorraum bauen. Was aber ja nicht so das Problem ist. Könnten wir einfach hier hinten machen, mit einer Tür nach der Tür. Und da, damit die Saboteure nicht so leicht da rankommen. So, Karte sagt, alle sind da. Wut steigt. Ich würde gern benachrichtigt werden, sobald das erste Mal die angegriffen werden. Aber das klappt wohl nicht. Wir sind bei 55. Okay. Der Aufenthaltsraum wird nicht wirklich viel genutzt. Ist da irgendwas falsch mit? Abnutzung? Fast gar nicht. Hm. Vielleicht wollen die mehr haben. Er läuft einfach nur so rum. Ist ja auch komisch. Äh, aber ja. Oh, wir haben jetzt mehr von den Kammerdienern. So muss das sein. Können wir gleich noch mehr Leute verwirren, wenn sie dann reinkommen. Ey, hier ist zum Beispiel gerade schon gegangen. Oder wird gleich gegangen. Nö, der macht irgendwas anderes. Ein Hubschrauber mit Ermittlern. Ne, da kommt was anderes an. Was kommt denn da? Okay, die Touristen fliehen. Viele Touristen fliehen. Mal gucken, was für eine Reaktion das hat. Ich hätte gerne so zwischendurch Schlagzeilenmeldungen. Touristen entfliehen, Terrorinsel oder irgendwie sowas. Und was für Konsequenzen das dann hat. Aber na gut. Geld fließt weiter. Ja. Tut es. Und ja, die Spezialmissionen sollten wir langsam auch angehen, um unsere Bekanntheit zu steigern. Aber ich denke mal, dass das Spiel dann an sich auch dadurch schwieriger wird. Und ich will lieber erstmal genug Geld haben und ein einigermaßen funktionierendes Design, bevor ich mich an den Rest des Spiels ran wage. Oh, und das Ding ist fertig. Sehr gut. Das da. Bitte alle auslagern. Da hinten. Hat das geklappt? Keine Ahnung. Kann man das bewegen mit den Leichen? Das wäre natürlich ideal. Du. Da hin. Anscheinend schon. Oder sonst schmeißen die einfach hier auf den Boden. Jungs, was macht ihr? Er klappt das ganze Ding einfach ein und die Leichensäcke verschwinden. Oh, das könnte ein Bug sein. Wenn das Ding gleich wieder aufgestellt wird und da sind keine Leichen mehr drin, wäre das eine recht cheatige Lösung, um die Leichen loszuwerden. Also schnell loszuwerden. Einfach ein Feld verschieben. Aber das wollen wir ja gar nicht. Genauso wie den Raum abreißen. Da würden wahrscheinlich auch alle verschwinden. Oh, und die Betten werden knapp. Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Aber gut, wir hätten gerne ein Etagenbett. Oh, was mir auch noch gesagt wurde, dass die grünen Füße, die da auf dem Boden sind, nicht unbedingt Füße sind. Sondern das sind nur möglich Füße. Also es würde reichen, wenn wir dies so an ins Bett stellen. Den kann man immer noch von einer Seite rein. Wenn da jetzt dunkelgrüne Füße wären, dann muss unbedingt beides frei sein. Was uns jetzt nicht wirklich hilft. Aber für spätere Designs wäre das vielleicht ganz praktisch. Also bauen wir jetzt hier noch zwei Betten hin. Und dann können wir da noch Spinte hin. So, eins. Und zwei. Die kosten ja nicht viel. So. Und da kommt der Rest Spinde hin. Und dann ist dieser Raum auch erstmal fertig. Dann machen wir später, wie gesagt, noch oben einen hin. Und vielleicht noch irgendwo einen ganz kleinen. So können unsere Bediensteten sich jederzeit hinlegen und ausruhen. Das halte ich für eine gute Idee. So. Da noch. Da noch 22.000. Oh, der ist falsch. Du. Dreh dich mal. So. Und der letzte. Klick, klick. Na komm schon. So. Sauber. Weltkarte. Hm. Immer noch okay. Aber ich glaube, ich ziehe die einfach mal freiwillig ab. Und setze sie in das andere Land, das genau die gleichen Werte hat. Und so pingpong ich die jetzt eine Weile hin und her. Und guck mal, ob das so aufgeht. Wäre ja ganz schick. Oder ob die sich das merken. So. So, der Tag kann weg. Die ist nicht mehr relevant. Der da kann ruhig in die Waffenfalle laufen. Wenn er dann nicht abgelenkt wird. Na gut. Der wird auch verwirrt. So. Jetzt gucken wir mal ganz schnell in die Griffierkammer unten. Keine Leichensäcke. Also, falls man cheaten möchte, das wäre eine Möglichkeit. Ich mache das jetzt eigentlich nur, weil ich es machen muss. Sonst geht das Ding nämlich verloren. Aber sobald das da draußen ist, wird der ganze Raum abgerissen. Und dann kommt hier irgendwas nicht verdächtiges hin. Ja. Du hast so viel gesehen. Du musst sterben. Zack. Und es sind noch mehr Erfahrungspunkte für Cain. Sehr schön. Also, der Raum ist leer. Dann solltest du da auch rauslaufen. So. Äh. Gefrier kann man, ich will die abreißen. Ich kann die Gefrierkammer nicht abreißen. Ich kann die Tür abreißen. Ja. Okay. Ich brauche jetzt hier wieder eine hin. Ja, die hatte ich schon. Aber diesmal wird es eine Einer-Tür haben, wo wirklich jeder durch kann. Die mache ich denn nur zu einer 2- oder 3-Tür, wenn jemand gerade am Fliehen ist. So. Und wenn die Tür weg ist, können wir dann den Raum abreißen. Das wäre schon ganz cool. Oh, das müssen erstmal alle Leichensäcke eingeräumt werden. Das könnte auch noch sein. Hm. Nö. Kein abreißen-Symbol. Na gut. Im Notfall müssen wir jetzt einfach leer räumen und eine 3er-Tür da hinsetzen, damit keine Leichensäcke eingelagert werden und dann wäre es auch kein verdichtiger Raum. Wow. Da kommen die ganzen Spinnendaten. Und 2800, alle 60 Sekunden und scheint zu klappen. Wir warten jetzt nochmal ein, zwei Minuten und dann schicken wir sie wieder in die Pampers-Region. Sehr schön. Angestellte können wir noch eine ganze Menge gebrauchen. Ich bin versucht, das mal hochzusetzen. Aber ne, wir brauchen das Geld echt dringend. Und wir haben ja keine Eile. Jedenfalls, soweit ich weiß. Gibt es kein Timelimit. Also müssen wir einfach nur geduldig genug sein. Leichensäcke sind da. Sehr gut. Oh, ich sehe gerade, wir haben keine Türen hier. Das ist nicht gut, falls irgendjemand sabotieren will. Da und da. Da sowieso. Können wir aber nicht wegen der Stechuhr. Okay, du musst. Da hin. Sehr gut. Können wir noch nicht sprengen. Das Ding muss bewegt werden. Da hin. Das Ding muss bewegt werden. Da hin. Und in der nächsten Folge muss ich unbedingt daran denken, dass wir hier oder hier oder hier eine neue Geldkammer reinbauen. Die Faktoren dafür sind halt, es sollte nicht zu nah am Eingang sein, damit die Einbrecher das nicht zu einfach haben. Sollte aber nicht zu weit weg sein, damit wir den Geldtransport schneller abwickeln können. Und es sollte nicht den Todeskorridor irgendwie tangieren. Auch wenn ich da noch nicht sicher bin, inwiefern er das machen würde. Aber ja, das ist für die nächste Folge. Jetzt wird erstmal abgespeichert. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020